Herzlich Willkommen am Grundschulverbund Riebeke Theodor. Ich bin Mila und wir in die 13. Ich bin Ruben, wir auch in die 13. Heute zeigen wir euch den Stadtort Lodaf. Hier ist der Einwohnungsbereich. Dort kann man alle, die auch Fotos sehen und wichtige Informationen geben. Hier ist die UG 11. Hier ist unsere Aula. Hier werden zum Beispiel die Erstklässler an ihrem ersten Schultag empfangen oder die Viertklässler bei einem multireligiösen Abschlussgottesdienst verabschiedet. Manchmal werden hier auch Theaterstücke von den Klassen vorgeführt. Wenn die Aula nicht gerade als Aula genutzt wird, machen wir hier auch Sportunterricht. Hier ist der Religionsraum. Hier ist unsere Schulleiterin, Frau Schäfers. Hier ist unsere Klasse 3C. Hier ist unsere Klasse 3C. Hier ist die Klasse 4C. Hier ist der Hof. Hier ist unsere zweite Sporthalle, die auch nur für Sportunterricht genutzt wird. Hier ist unsere Bücherei und der Computerraum. In der Bücherei können wir mit einem eigenen Ausweis alle zwei Wochen Bücher ausleihen. Das machen die Eltern mit uns. An den Computern lernen wir zum Beispiel, wie man recherchiert, E-Mails schreibt oder wie man etwas ausdrucken kann. Außerdem arbeiten wir hier auch in der Lernwerkstatt. Auf diesem Flur sind die Regenbogen- und Sternenklasse. Dort lernen die Kinder des ersten und zweiten Schuljahres gemeinsam. Die Kinder des ersten Schuljahres. Die Kinder des ersten Schuljahres. Tschüss. 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 Tschüss.